Das Neomagazin-Royal Game Royale Ein Point-and-Click-Adventure in der alten Schule so nach Maniac Mansion bzw. Day of the Tentacle Völlig kostenlos und kein Witz, also ohne Scheiß Die haben tatsächlich ein Spiel rausgebracht, das man jetzt spielen kann Wo man dann so im Day of the Tentacle-Style Jan Böhmermann, den kleinen, blassen, dürren Jungen steuert Und William Kohn finden muss Deswegen heißt das Game auch auf der Suche nach der verlorenen Glatze Also Willi ist verschwunden, William Kohn ist abhandengekommen, wir müssen ihn finden Als großer Fan des Neomagazin-Royal komme ich da natürlich nicht drum rum Und freue mich wie ein Schnitzel auf dieses Spiel Bin schon total gespannt, das wird wahrscheinlich nicht Also Beschreibung ist, dauert 3 Stunden, im Saarland auch bis zu 30 Schauen wir mal, wie lange es denn dauert Also wir gucken kurz mal ins Optionsmenü Okay, ist ein bisschen nach alter Schule Es gibt einfach keine Option, das Ding läuft in 300 mal sonst irgendwas Pixeln Natürlich gestretched auf Full HD, um diesen schönen Pixel-Look hinzukriegen Und ja, ich würde sagen, da brauchen wir gar nicht so viel schnacken Noch mal vorweg aber noch eine kleine Info von mir Wer das Neomagazin-Royal noch nicht kennt, definitiv mal reinschauen Ist ein Format auf dem ZDF, beziehungsweise ZDF Neo Gehostet von Jan Böhmermann Und ist irgendwie, ich würde es beschreiben als extra 3 In noch mehr abgedreht und weniger Satire Ist schon eine coole Sache Also mir persönlich gefällt es sehr gut Ich bin aber auch ein großer Jan Böhmermann-Fan Insofern könnt ihr da ruhig mal reingucken Ich verlinke mal die letzte Folge in der Mediathek von ZDF unten Und das Spiel selbst ist, wie gesagt, auch komplett gratis Wer sich das Ganze lieber erstmal selber angucken möchte Und sich nicht spoilern möchte Dann jetzt am besten downloaden Eben erstmal selber durchspielen Ist 5CMB groß, gibt es für Windows MacOS, iOS und Android Und wie gesagt, völlig gratis Aber gut, genug geschnackt Wir legen, würde ich mal sagen, dann auch direkt los mit einem neuen Spiel Schauen wir doch mal, wo es uns so hinführt Mein Fortschritt wird automatisch gespeichert Ja, das höre ich doch schon mal gerne Muss ich mich um nichts kümmern, ne? Mittwoch, 16.12.2015, 11 Uhr Tief in Köln-Hanewald Ja, so sieht das auch aus Die Marion Böhmermann Mason Böhmermann Der lukt schon mal gut Williams, Texas, auch fertig Schnell zum Flugzeug Die Show fängt gleich an Hat auch sein Tri-Therazop Da hinten über dem Kamin hängen Nein, wie geil Neomagazin Royale Das Spiel Mit Jan Böhmermann Nein, ist das geil gemacht, ey Episode 1 Jäger der verlorenen Glatze Jäger der verlorenen Glatze Also da ist schon etwas Gut was an Liebe reingeschlossen Moin Jan Ein herzliches Willkommen zu Neomagazin Royale Jäger der verlorenen Glatze Die Show geht bald los Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben Du kannst mich durch die Gegend steuern Indem du einfach irgendwo in den Raum klickst Um mit irgendwelchen Objekten Und den ganzen Verrückten hier zu interagieren Halte die Maustaste kurz gedrückt Dann kannst du auswählen Ob ich ein Objekt oder eine Person Anschauen Benutzen oder aufheben Oder zutexten soll So, los geht's Jo, lass uns beginnen Will ich schnell William seine Texte geben Dann kann die Show auch endlich anfangen Jawoll Ach, ist das genial Ich hab ja auch mal Day of the Tentacle Let's Play Wisst ihr Bescheid, ne? Also das ist Wirklich sehr liebevoll gemacht Ja gut, würde ich sagen Legen wir los Hier irgendwie so ein Optionsmenü Gerade mal gucken Zurück Spiel beenden Ja, alles klar Also Optionen So irgendwie Auflösung Ton und so weiter Gibt's gar nichts Aber okay Kann man verschmerzen Bei einem Pointe-Click-Adventure, ne? Darf ich sagen Genug geschnackt Legen wir mal los Toppflanzung Mal angucken Grün und komisch gewachsen Wir nennen sie Claudia Roth Geht schon gut los Kann ich die mitnehmen Hier moderiere ich die Neuauflage von Wetten, dass Also heißt wohl nein Stromkersten Wir verbrauchen viel Strom Williams Penispumpe ist elektrisch Ja, man muss den Humor mögen, ne? Ansonsten jetzt abschalten Das wird nicht besser Ich sag's mal so, ne? Lieber nicht Kann man nicht benutzen Alles klar Tür Angucken Die Tür zur Team-Toilette Geht Geht da rein Abgeschlossen Kommen wir nicht rein Was ist das? Wahnsinn Da geht es in den Partyraum Uh, Partyraum Rein Abgeschlossen Okay, bis jetzt sind alle Türen ziemlich verschlossen Was ist das für ne Tür? Dahinter sind noch mehr Räume Richtig krass Öffnen Abgeschlossen Ich hab so das Gefühl Wir müssen erstmal in eine konkrete Richtung gehen Das hier sieht nach, äh, Bühne aus Ich darf noch nicht auf die Bühne Ja, wir sind Absoluter Horror für ein Künstler wie mich Ja Wir sind noch nicht bereit, um uns, äh, der Show zu stellen Also weiter geht's Gehen wir mal zur Maske William? Okay, los geht's Gucken wir uns Aber das ist ja wohl genial gemacht Also alleine dieser Pixel-Look und, also wirklich Die Bewegung von ihm halt auch erinnern doch, doch sehr an Day of the Tentacle Alles Das ist schon ziemlich cool Waschmaschine, angucken Da sind entweder Williams Pullover drin Oder es findet ein Holy-Festival statt Ja, da ist auch mal die Frage, wo die für Willi immer die genialen Pullis finden Also teilweise fragt man sich echt, was sind denn das für Dinger und wo kriegt man die her? Kann ich was rausnehmen? Ein William Pulli 100% Alpaka-Wolle Mmmh, lecker Kann man das irgendwie angucken? Benutzt das doch selber? Ne, ich wollte das ansehen Williams Pulli Nassgeschwitzt Ah, rechte Maustaste können wir Dinge dann angucken, okay Ja gut, dann gucken wir uns doch mal weiter an Schminkzeug Nein, nur ein Komplett-Make-Up pro Woche Steht in meinem Vertrag Ja, da muss er wohl reichen Kann ich das mitnehmen? Das bleibt schön hier Das heißt wohl, nein Ledersessel ansehen Oh, Wolfgang Job? Bist du es? Ach nee, nur ein Ledersessel Oh Mann ey Also das ist Teil solcher Spiele, ne? Ihr müsst einfach alles anquatschen Mit allem interagieren Einfach nur um die lustigen Schnacks zu kriegen, ne? Selbst hier habe ich einen Nasenschatten Verdammter Lichttürke Also ist natürlich hilfreich, wenn man die Sendung geguckt hat Sonst versteht man einige der Gags nicht, aber Okay, was gibt's noch? Spiegel, Spiegel, Spiegel Ledersessel hatten wir schon Waschmaschine hatten wir schon Was ist da oben? Oh, hier Williams Kamerahut Ja, da gab es auch mal eine Folge Da hatte William einen Kamerahut auf Die ganze Folge lang William ist halt der dicke Sidekick von ihm Der immerhin zu seinem Tresen steht Einen merkwürdigen Pulli anhat Und lacht Und hin und wieder mal was einwirft, ne? Und dann gab es eine Folge Da durfte man die Folge komplett aus Williams Sicht erleben Da hat er einfach so einen Kamerahut auf Und den konnte man dann Livestream-mäßig sich mit angucken Einmal eine ganze Sendung aus der Perspektive von William So eine Aktion hauen die halt raus Ist lustig irgendwie, sinnlos Aber ist halt witzig, ne? Damit dreht William auch Filme für Pornhub Äh, okay Kann ich sie mitnehmen? Lieber nicht Klebt ein bisschen Ich hab noch nicht ausprobiert mit den Sachen zu reden Da rede ich mir ja den Mund fusselig Okay, das ist glaube ich aber immer das gleiche, oder? Sieht aus wie Markus Lanz Ein bisschen vielleicht Geh zu Spind 101 Mal gucken Hier bewahrt Captain Obvious seine Sachen auf Captain Obvious Kann ich öffnen? Abgeschlossen Okay, was haben wir hier? Das ist Williams Spind Hab ich da ein Geräusch gehört? Klang nicht so gut, ne? Versuchen wir mal zu öffnen Er klemmt irgendwie Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht, aber William? William? Bist du da drin? Bist du da drin? Warum heilt es aus William Coons Spind heraus? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss Hier verstaut Dende die tighten Rhymes und freshen Beats Dende, Mann Kann ich da rein? Abgeschlossen Auch nicht Wie sieht es hier aus? Der Spind von Florentin Ulfkotte Vom Geruch her könnte es aber auch die Gästetoilette sein Florentin Will Hm, abgeschlossen Okay, mehr scheint es hier erstmal nicht zu geben Lampe hatten wir schon Ich fahre nochmal einmal alles ab Ne, hier gibt es auch noch nicht so eine schöne Knöpfe wie heute Wo man einfach alle interaktiven Dinge mal highlighten kann Heutzutage bei den meisten modernen Spielen gibt es so einen Knopf Dann zeigt er einmal auf dem Bildschirm an, was ihr da alles anfassen könnt Früher gab es einen nicht Da musste man immer brav die Screens mit der Maus absuchen So kennen wir das So wollen wir das Oh, Feuerlöscher Für die einen ist es ein Feuerlöscher Für Peter Altmaier der größte Sahnespender der Welt Den kriegt das Schleckermäulchen innerhalb von zwei Bratwürsten leergeschlürft Oh Mann Kann ich den mitnehmen? Besser nicht Den brauchen wir noch, wenn die Gags wieder zu heiß werden Hm, es geht schon los Wir sind uns schon dahin am entwickeln Peter Altmaier der größte Sahnespender der Welt Hm So, da ging es nicht rein Hier scheint es noch weiter zu gehen Situation Room Und man los Rein in den Situation Room Hey Boss Hallo Herr Böhmermann Hey Leute Hat einer von euch William gesehen? Also er ist der Beef Träger Den kenne ich aber Wer ist er denn Mann? Bart Was zur Hölle? Wir gucken mal Schauen wir mal was hier los ist Hier haben wir eine Gag Machine Ansehen Die Gag Maschine Sie produziert die ganzen Gags Kann ich sie benutzen? Nicht nötig Mein War nochmal Nicht nötig Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa Oh 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 Siri Mach Gags Siri Wall of Beef Ja wunderbar Ich hasse die Aber ich liebe die auch Aber ich hasse die Aber ich liebe sie auch Aber ich hasse sie Aber ich liebe sie Hm Kann ich was mitnehmen? Vielleicht Flair ganz nach oben Ach lassen wir erstmal so Okay Beef dürfen wir nicht mitnehmen Bällchenbad Benutzen Ah ich dachte er springt jetzt rein Eine Kreditkarte Wer hat die denn hier verloren? Kreditkarte? Von Markus Lanz Die Kreditkarte von Markus Lanz Okay Guck dir das Bällchenbad an Da drin verstecken sich die Autoren immer Hut Ein Hut? Was da wohl drin ist? Benutzen Wärst du lieber das hängende Auge von Carl Dall Oder die hängende Spitze von Jogi Löw? Oh nein ey Das sind die Fragen von seinem Spiel da In der Sendung gibt es immer mal wieder so eine So dumme Spiele die sie spielen Und dann gibt es dann auch so Fragen Wärst du lieber das oder das oder das? Gibt es noch mehr? Mal gucken Hättest du lieber einen Hundekuchen von deiner Mutter Oder einen Mutterkuchen von deinem Hund? Oh nein Ach Gott Ja Das Niveau geht gleich mal nach unten Hättest du lieber einen Handjob von Edward mit den Scherenhänden Oder einen Footjob von Oscar Pistorius Oh je Jetzt wird es langsam schon komplizierter Aber die bescheuerte Lache haben sie schon mal gut übernommen Das läuft Wärst du lieber das hängende Auge von Carl Dall Ja hatten wir schon Alles klar Gut okay Ich glaube es scheint sich zu wiederholen Aber man darf es weggdrücken Immerhin Dann würde ich sagen Schnacken wir doch erstmal mit dem Beef Träger Ansehen Das ist der Beef Träger Er bringt den Beef Einer der besten Dinger in der Sendung Der ist viel zu schwer für mich Mitnehmen können wir ihn nicht Dann texten wir ihn mal zu Wer sind sie hier Und was machen sie hier Wer sind sie und was machen sie hier Ich bin der Beef Träger Ich bringe den Beef Haben sie denn auch ein Beef für mich? Haben sie denn auch ein Beef für mich? Ich habe hier einen in meiner Beef Tasche Oh Ich muss ihn hier irgendwo verloren haben Den brauche ich doch für die Sendung Oh Gott ohne Beef geht es natürlich nicht Haben sie zufällig unseren DJ William gesehen? Haben sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Will.i.am Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haare kämmen Vor allem mit seiner Glatze DJ Will.i.am Was machen sie da mit der Hornhautrommel? Was machen sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering Oh Gott lecker Okay Haben sie denn alles für die Sendung? Haben sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef Zusteller Und habe keinen Beef Das geht natürlich nicht Das können wir so nicht lassen Gibt es noch mehr? Ah dann ist ja gut Bis später Ah dann ist gut Bis später Dankeschön Herr Billmermann Kann ich Sie vielleicht noch um mein Autogramm? Tut mir sehr leid Aber ich muss weg Leider keine Lust Leider keine Lust Der Beef Träger meine Damen und Herren Und die Weltkarte mal ansehen Mein Reich Das soll alles einmal mir gehören Da wird der Adi in mir ganz sentimental Oh je Ich werde niemals Addis Bunker-Ruhm-Tour vergessen Auch wunderbar Kann ich es mitnehmen? Nein danke Kann ich es zutexten? Hey das ist keine Talkshow hier Nö ist es eine Wandkarte ne So dann reden wir mal mit Bart Erstmal gucken wer das ist Das ist Bart Der tut nichts Der will nur spielen So sieht er auch aus Ich mag es wie sein Bauch raushängt Der Letzte der das versucht hat Sieht jetzt aus wie Claude Oliver Rudolph Also wir sollten Bart nicht benutzen Texten wir ihm mal zu Hi Bart Hi Bart Hey Boss Sag mal Sag mal Was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Ich passe auf dass hier keiner von Axel Springer reinladet Ja das ist schon mal gut Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Ne aber im Zweifelsfall ist er am Buffet zu finden Ja das stimmt wohl Wenn Willi irgendwo ist Dann entweder frisieren oder was essen Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na mit dem Bus? Achso ja Macht Sinn Das ist scheiß Ach ist egal Man sieht sich Das ist ja nicht witscher hier Ich muss eigentlich nicht alles vorlesen Aber egal Es ist so drin Leute Ich lese trotzdem alles vor Hinter Bart geht es erstmal nicht weiter Hier haben wir noch Hautflocken Hier könnte auch mal einer durchsaugen Das ist leicht eklig Können wir die mitnehmen? Das will ich nicht haben Habe ich mir schon fast gedacht Ich würde das auch nicht anfassen Ja gut Dann wollen wir mal weitermachen Türen waren alle dicht Gab es sonst noch was? Das Bühne ging nicht Oh oh Captain Obvious ist da Hallo Captain Obvious Das ist Captain Obvious Reden wir doch mal mit ihm Hallo Captain Obvious Hallo Captain Obvious Hallo Jan Das ist schon wirklich ziemlich geil gemacht Hast du William gesehen? Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern Man muss sich ja auch für die Sendung vorbereiten Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post E immer gleich weg Ja das ist wohl irgendwie wieder wahr Weißt du noch wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Weißt du noch wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Dem Geruch nach in deinem Büro Okay Noch mehr Fragen? Also er scheint hier uns so ein bisschen zu helfen Wenn wir nicht weiterkommen Ich wollte nur mal Hallo sagen Ich wollte nur mal Hallo sagen Haha Das hast du gemacht Falls ich dir noch irgendwie helfen kann Komm rum Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen Vielleicht fällt mir dazu noch was ein Okay Captain Obvious kann sich Zeug angucken Benutze William mit William Pulli Ne benutze was? Benutze William Pulli mit William Pulli Ne mit Captain Obvious Guck dir mal Williams Pulli an Schau mal was hältst du davon? Der ist ja ganz nass Ich hoffe das ist nur Schweiß Das hoffe ich auch Was hältst du von Markus Lanz Kreditkarte? Schau mal was hältst du davon? Markus Lanz Kreditkarte Die öffnet nicht nur Schenkel Sondern auch so manche Tür Gute Idee Okay was haben wir hier? Sendungsbuch Benutze das Sendungsbuch mit Captain Obvious Schau mal was hältst du davon? Da stehen Williams Texte drin Das ist ja nicht so Dass ihm die jemand zuflüstert Vor allem die dieben Texte die er immer raushaut William hat immer sehr tiefgründiges zu sagen Na gut wir können ja mal mit der Kreditkarte versuchen irgendwelche Türen zu öffnen Ich sollte erst einmal William finden Also die Tür will er nicht aufmachen Vielleicht diese Tür Ich sollte erst einmal William finden Okay Vielleicht können wir den Stromzähler damit aufmachen Nein Einfach Nein N E I N Nein Das ist eine klare Aussage Was haben wir noch? Den 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 Raum Ich sollte erst einmal William finden Ja William Vielleicht Könnten wir damit seine Garderobe da Seinen Schrank da aufmachen Das könnte klappen Der hatte doch irgendwie geklemmt Kreditkarte mit Williams Spind Was siehste? Ah mega fail Die Kreditkarte ist zerbrochen Dafür ist der Spind jetzt auf Mega fail Ja gut Mach mal Mach mal auf das Ding Benutzen Potztausend Ein Geheimgang Wie bei 5 Freunde Da geht's wo runter in den Quotenkeller Ja Scheiße Es erinnert doch Wenn ihr jetzt mal an Day of the Tentacle denkt An die Szene wo man dann die Uhr öffnet Und in der Uhr befindet sich ein Geheimgang Das erinnert doch stark daran Sogar wie er reingeht Oh nein Er ist schon Sehr liebevoll animiert alles Dieser William Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies Was nu? Es ist so dunkel Ich hab ein bisschen Angst weiter zu gehen Oha Was ist denn hier los? Geh zur Küste mit Seepferdchen abzeichen Alles klar Schauen wir uns das mal an Ach Die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig Kann ich mitnehmen? Ach die liegen eigentlich ganz gut da Jo ne Krempel reingucken Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude Kann man da irgendwas mitnehmen? Benutzt das doch selber Okay können wir nicht Skelett what the fuck Lena hat aber ganz schön zugelegt Oh manne Hau da mal hier ein paar Dinger raus So Eieieie Humor bleibt sich treu Ne Will ich mal sagen Da tut sie nicht viel Aber gut Ihr habt den Hahn gehört Somit würde ich sagen Folge 1 ist dann erstmal abgeschlossen Ich trinke so einen Schluck Kaffee So Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Hoffe ihr hattet soweit ein bisschen Spaß Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat Lasst entsprechende Däumlein da Kommentare und Feedback Natürlich wie immer gerne unter Video posten Und ansonsten werden wir dann Im nächsten Part weiter Diesen geheimen Keller von William Untersuchen Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken Tschüss Euer Blaufuchs Däumlein da Däumlein da